Ganz. Ganz. Toll. Schließen wir hier mal auf. Ach, dann sind wir hier. Ähm. Moment. Büro Westseite 1F. Beim Empfang. Dunkelkammer. Ach, der Safe ist das. Okay. Okay. Ein rotes Buch. Auch nicht mitnehmen kann. Büro Westseite 1F ist das mit dem Willkommen Leon. Da kann ich jetzt den Tresor knacken. Dann packen wir uns hier. Alles wieder weg. 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 Brau ich nicht. Brau ich nicht. Weiß ich nicht ob ich den noch brauche. Lassen wir jetzt noch mal drin. So. Texturen sind ein bisschen komisch. Großartig. Ja großartig. Ich muss da rein. Verschwende doch noch mehr Munition. Ist ja richtig. So. Links 9. Wie geht denn das? Links 9. 15. Rechts 15. Und links 7. So. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist gut. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder weg. So. So. Okay. So. 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 Blicke sind blind wie Maulwürfe. Überragende Hörsinn. Ja gut, nicht ballern durch die Gegend drin. Ja. Stimmt, ich habe noch eine Taste für ein Schließfach. Können wir eigentlich mal schauen, ob er das vielleicht irgendwo einsetzen können. So. Jetzt muss er hier rein. Achso. Okay, ist das egal. Gehen wir jetzt erst nochmal speichern. Und dann schauen wir nochmal, wo wir jetzt hin müssen. Schließfächerraum. Dunkelkammer. Presseraum. Ja. Ja. Die Batterie. Aber wozu können die Batterie gut sein? Ich renne jetzt nochmal los und hole erst nochmal die Batterie. Ah, das rote Buch. Moment. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Jetzt wäre es von einer Hand gehalten worden. Ich glaube ich weiß, wo das hin passen könnte. Jetzt holen wir erst nochmal die Batterie. Vielleicht passt dieses rote Buch zu der Statue, die wir schon am Ende eben haben. Das ist jetzt meine Vermutung. Hier war ja eh nichts mehr. Oh Gott, wo kommt er denn jetzt her? Ja, scheiße. Auch noch einer. Könnt ihr nicht alle mal ab? Ja. Jetzt kommen sie alle, oder was? Macht er noch ein rotes Buch? Ja. Ein Zepter. Kurzer Start mit Juwel. Ich hab kein Messer mehr. So. Jetzt bin ich mit dem Kunstraum auch fertig. Ja. 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 Ja, okay. Da kann ich immer noch nicht hin. Die Pistolen-Munition wieder sehen. Und der Raum der Wache ist auch fertig. Toiletten. Ja, nice ey! Ich hab da einfach mal liegen. Fehlt das halbe Gesicht. Bei will nicht liegen bleiben. Ist das auch fertig? Vom Presseraum kam ich nirgendwo rein, oder? Oh. Nee. Okay. Das Fenster habe ich verbarrikadiert. Das muss ich noch mal rein. Schuss-Täuber rein. Dafür muss ich erstmal die hier weglochen. Das war jetzt kacke. Dann bin ich hier fertig. So, da bin ich fertig. Ich glaube das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, speichern. Ja. Dann werde ich kurz hier nochmal schauen. Das ist hier jetzt aber auch ein hin und her. Das war der Hausmeister. Ja. Bretter habe ich keine. Ja, nein. Jetzt hör auf, ey. Geil. Ja, genau. Hier sind drei Stück drin, oder was? Ja, tot. Geil. Warum sind da drei Stück drin? Das ist auch ein bisschen unfair. Machst die Tür auf und dir kommen da drei Zombies entgegengestolpert. Soll ich die jetzt alle wegrotzen, oder was? Ja. Soll. Ja. 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 Schwereeeel hier durch. Hier durch das. Und ein Brett. Jetzt bin ich hier auch durch. Schließfächerraum. Puh. Diese drei habe ich nämlich nicht. 2 0 8. 1 0 8. 1 0 6. 2 0 8. 1 0 9. 1 0 6. Das ist ein Film. Okay, 109, 102, 103, 103 kann ich nicht, ich habe nur drei Plätze frei. Einen Film, den werde ich dann wohl gleich erst mal entwickeln. So, wollen wir mal den Film entwickeln gehen. So, entwickeln wir mal den Film. Erinnerung. Ja, das weiß ich doch schon, das habe ich doch schon gelöst. Vielen Dank. Das hat mir sehr weitergeholfen. Und bin ich soweit fertig. Da komme ich nicht rein. Ich bräuchte diese lange Stange, den Wagenheber, Aufenthaltsraum, Bibliothek. Wartezimmerkunstraum, da kam ich auch nicht hin. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht weiter. Rote Stein. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja. Ich war da nicht im Aufenthaltsraum, oder? Wäschekammer. Wäschekammer. Ich versuche es nochmal da oben. Das kann nicht sein, ne? Ich bin geradeaus durch. Hier kann ich nicht rein. Wenn ich hier meine Schlüssel brauche. Hier rein. Aufenthaltsraum. Ja, woher soll ich das denn wissen? Jetzt bin ich schon wieder tot. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob es mir etwas bringt, nochmal nach ganz oben zu gehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, was ich machen soll. Ich habe gerade keinen Plan. Ich weiß nicht, ob ich da drauf ballern kann. Ich weiß nicht, ob ich da drauf bin. Nein, kann ich nicht. Ich finde es auch lustig, dass er nicht in diese kleine Erhöhung steigen kann. Ich bin jetzt offiziell in einer Zickmühle Sackgasse. Sackgasse. Schön. Ganz toll. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie es hier weiter gehen soll. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Aufnahmepause. Und ich melde mich wieder, wenn ich weiß, wie es hier weiter geht. Bis dahin. reinhauen. 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 reinhauen.